Und nun die Länder unserer Erde, präsentiert von Jakob Arna. Und nun die Länder unserer Erde, präsentiert von Jakob Arna. Norwegen, Schweden, und Island, und Finnland, und Deutschland ist Deutschland bekannt. Schweizer und Österreicher, Tschechien, Slowaken, Italien, Türkei, Deutschland. Polen, Rumänien, Schottland, Albanien, Irland, die Bund und Roman. Bulgarien, Saudi-Aranien, Ungarn, Südland, Hitler und Iran. Dann Syrien, Libanon, Israel, Jordan 2, Jemen, Kuwait, Baranjain. Denn Niederlandt, Luxemburg, Belgien und Portugal, Französisch und dann Kertanjan. Indien, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal und Bhutan. Und Kambodscha, Malaysia, Magnanisch, Asien, China, Korea, Japan. Die Mongolei, Laus, Sieben, Indonesien, Philippinische Insel, Taiwan. Saison, Neu-Guinea, Sumatra, Neuseeland, dann Borneo und Vietnam. Tunisien, Marokko, Uganda, Angola, Zimbabwe, Chibutti, Botswana. Musamix, Sandia, Spaziland, Katla, Guinea, Algerien, Ghana. Burundi, Lesotho, Badali, Togo, Sahara, Sahel, Sunudun. Niger, Nigeria, Tata, Sibiria, Ägypten, Benin und Gerun. Tansalia, Somalia, Kenya, Marsch, Sierra Leone, Adir. Darum in Amirien, Senegal, Libien, Karmel und Hongkosalien. Eti, Jopien, Gini, Sao, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Kemal. Hongkong, Abu Dhabi, Katar und auch Serbien. Slowi, Lira, Roazir, Sacha, Bosnien, Monaco, Liechtenstand, Masa, Parasina, für mich auch an der Untertitelung.